Oktavian Josef Graf Kinski war ein böhmischer Adliger Obersterpland-Hofmeister von Böhmen. Pferdesportler und Züchter der nach ihm benannten Pferderasse von 1831 bis zu seinem Tode war er Chef des Hauses Kinski. Leben Der Sohn des Josef Leopold Graf Kinski und seiner Frau Maria Theresia, geborene Freien von Puteni, wuchs auf Schloss Galskron auf. Nach dem Tode seines Vaters wurde er Chef des Hauses Kinski. Am 21. Jänner 1835 heiratete Kinski Agnes Hedwig, Reichsgräfin von Schafgosch, Semperfrei von und zu Künast und zu Drachenberg. Kinski betrieb seit 1832 auf dem östlich von Klametz bei dem Dorfe Pisek gelegenen Hof Wostro eine Pferdezucht. 1838 wurde die isabelfarbene Vollblutstute Tembi II geboren. Der wegen ihres hellen Fels als angebliche hippologische Messe Lions der Eintrag ins Stutbuch des Jockey-Clubs verweigert wurde. Kinski war darüber so verärgert, dass er in Wostro ein eigenes Zuchtbuch anlegen ließ. Durch Deckung der erfolgreichen Jagd- und Rennstute mit dem Vollbluthengst Prinz J. Eure wurde 1853 der isabelfarbene Hengst Cäsar gezeugt. Der als Stammvater der Rasse der Kinski-Pferde gilt am 10. April 1874 gehörte Kinski zu den Gründungsmitgliedern des Wiener Traprenn-Vereins. Oktavian Graf Kinski war gleichfalls Mitglied der Parforsgesellschaft zu Padubitz. Nach dem Tod seiner ersten Frau, die am 5. Februar 1888 verstarb, heiratete der 75-jährige Kinski am 5. September 1888 Marie Stubenwoll. 1896 verstarb Kinski ohne Nachkommen. Seine Pferdezucht wurde durch seinen großen Neffen Sedenko Ratzlaw Graf Kinski weitergeführt.